Wir sind am 23. Juni angelangt und das ist ein Datum, wo Österreich bei Fußballgroßereignissen keine schönen Erinnerungen hat, weil die Österreicher haben am 23. Juni 1998 bei der WM in Frankreich gegen Italien mit 1 zu 2 verloren. Hier seht ihr das Leibchen vom Heim Pfeifenberger mit FIFA, Weltpokal, France, 1998 eingestickt, schönes Trikot. Und hier kann man sagen der blaue Schatz von Angelo Di Livio. Eine kuriose Partie, 0 zu 0 zur Pause, danach sind die Italiener mit 2 zu 0 in Führung gegangen. Bei uns hat es nur mehr zum Anschlusstreffer von Andy Herzog durch einen Elfmeter gereicht. Und wir sind ausgeschieden, weil die zwei unentschieden davor gegen die Chilenen und den Kamerun zu wenig waren. Doppelt schade, weil eigentlich hatte die Mannschaft 1998 viel Potenzial. Toni Polster, Andy Herzog, Feiersinger, viele Stars, die in der deutschen Bundesliga gespielt haben, viele junge Spieler, die von Sturm Graz nachgekommen sind, aber es hat leider nicht gereicht. Und dafür bleibt mir ewig in Erinnerung diese große Partymeile in Wien. Public Viewing ist damals aufgekommen, 1998, überall auch in den Bundesländern wurde gefeiert. Gartenfeste, schöne Geschichten auf den Hauptplätzen, überall hunderte, tausende Fans, rot-weiß-rot verkleidert mit Teamshirts, mit Schals, haben gefeiert, getanzt, gelacht, auch nachdem die Österreicher ausgeschieden sind. Und das war eigentlich der Ursprung von diesen Public Viewings, den man ja jetzt überhaupt nicht mehr wegdenken kann im österreichischen oder im internationalen Fußball. 2006 ein riesen Damm-Damm in Berlin, wie die deutschen Weltmeister geworden sind oder bei der deutschen Heim-WM, wo sie Dritter geworden sind. Und das Ganze sieht sich weiter und weiter. Und wir können noch hoffen, dass wir auch bei dieser Euro noch schöne Public Viewings erleben, weil endlich geht es nach dieser ganzen Corona-Tristesse wieder aufwärts.